In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Brechungsgesetz und der Totalreflexion aus Sicht der Optik. Stellt euch folgendes vor, ihr habt ein Schwimmbadbecken mit Wasser gefüllt und steht nun am Rand dieses Beckens. Und von dort schaut ihr nach unten. Und wenn ihr das macht, könnt ihr Dinge sehen, die außerhalb der direkten Sichtlinie liegen. Man kann also Dinge sehen, die nah am Rand des Beckens sind und die eigentlich vom Beckenrand verdeckt werden müssten. So, stellt sich die Frage, ja warum könnte man das jetzt noch sehen? Und der Grund dafür ist die sogenannte Brechung des Lichtes, die durch das Brechungsgesetz der Physik beschrieben wird. Und zwar gibt man das mit, äh, brauchen wir jetzt noch die Brechzahl dafür, und zwar klein n. Und unter n versteht man das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit im betreffenden Material. Das sehen wir uns gleich nochmal an. Zunächst jedoch ein paar typische Werte. Luft hat n gleich 1, Glas so etwa 1,53 und Wasser liegt bei 1,33. Und jetzt ist es so, dass ein Lichtstrahl an der Grenze zwischen zwei Materialien mit verschiedenen Brechzahlen einen Knick erfährt. Das sieht man hier in der Grafik. Also wir haben hier oben ein Medium und hier unten ein anderes Medium. Und hier, da wo die beiden, wo also der Lichtstrahl von dem einen zu dem anderen übergeht, da findet ein Knick statt. Das heißt, die Linie hier vom einfallenden Lichtstrahl, die geht hier nicht gerade weiter, sondern die wird hier geknickt. Und, ja, das möchte man manchmal berechnen können. Und da gilt folgende Formel. Sinus von y1 durch Sinus von y2, also der Sinus von dem Winkel hier oben, dividiert durch den Sinus von hier unten, ist gleich n2 durch n1. Und da müsst ihr dann die entsprechenden Werte einsetzen. So, dann kommen wir noch zur Totalreflexion, die gehört auch zu diesem Thema. Und zwar, wir haben also eben das Brechungsgesetz kennengelernt. Und dann gibt es noch einen speziellen Fall. Und zwar trifft ein Lichtstrahl so auf eine Grenzfläche zu einem optisch dünneren Medium, dass laut Brechungsgesetz der Sinus größer als 1 werden müsste. Das heißt, das war diese Gleichung, die wir gerade eben hatten. Dann gibt es keinen gebrochenen Strahl mehr, sondern das gesamte Licht wird an der Grenzfläche reflektiert. Und zwar das war diese ProtestgThat. Dann kommen die JSON- ψie they overgado. Dann kommen beioon einen Blick ab und wird es einen rumor.